ja herzlich willkommen und schönen guten tag beim anderen reviews on the car review wir hören heute mal in die cd von den pickhounds rein wenn die frau so nice ist und ja und das droppt das droppt drop it like it's hot drop it like it's hot und dann haben wir jetzt mal in die pk und cd rein schmeißen jetzt mal rein in den cd player sind zwei leute war schon laut das sind zwei leute aber die haben heute dass das blicken got in den sänger für mich richtig gut ja gucken wir mal rein hier es gibt so eine schöne digipack worn out heißt der song lassen wir das lassen wir das mal wirken für eine sekunde ich sag mal so der sänger der kann einfach der kann einiges also der schon gut kommen der sänger kann auf jeden fall was jetzt geht mal weiter ja ja Ja, das ist halt so eine nice Sommermusik, wenn man mal ein bisschen melancholischer drauf ist. Also, wie gesagt, ich finde das geil, ey. Was haben wir jetzt? Song 3, Wanderer heißt, ja. Song. Ohne Scheiß. Ich sage mal so, der Sänger ist wirklich richtig, 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 richtig gut. Ja, Alessandro, dein Schlagzeugspiel ist auch gut, definitiv. Aber, ähm, neuer Sänger, der ist wirklich gut. Also, ich mag das total, das ist so eine Reise zurück in die 90er, ähm, Pearl Jam, Nirvana-Stuff. Doch, es ist, wow. Also, jeder, der, äh, diese, diese Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana-Kram-Sache, dieses, dieses, ähm, äh, wie hieß es denn damals nochmal? Und, ähm, Grunge, genau. Wer diesen, 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 diesen Grunge-Style mochte, oder mag, der wird mit den Pickhounds am besten bedient, definitiv. An die Band erinnert mich das total. Habe ich gleich mal rausgesucht und reingeschmissen. Die Pickhounds, ne? Die ersten. Ähm, die Band heißt Live, 90er. Ja, fand ich cool dazu, weil ich gerade so ein Retail-Flash gehabt habe. Das kann ich mir richtig, richtig gut anhören. Vor allen Dingen auch, äh, so zum Schlafen gehen irgendwie. Zum Schlafen gehen, das ist so eine schöne Musik. Ja, doch. Da hat meine Frau jetzt komisch geguckt. Aber, ähm, äh, wir machen nochmal einen weiter. Wir machen nochmal einen weiter, damit ihr auch mal hört, worum es hier geht. Radio. Ach, Radio haben sie heute auch gespielt. Ähm, da war ich ein bisschen überrascht, dass da nur zwei Leute auf der Bühne stehen und, äh, einen Song performen. Aber ja, Pickhounds sind halt zwei Leute. Aber die machen das gut. Und, also, ich mag das. Was, was ihr Fotzen davon haltet, ist mir scheißegal. Ich mag das. Und, äh, ich mag das auch, abseits davon, dass ich den Alessandro jetzt schon so lange kenne. Ähm, nee, ich finde das einfach, ist einfach gute Musik. Ist einfach, ähm, schön. Auch fürs Herz. Und, ja. Ja, jetzt gebt der, jetzt gebt der, gebt der CD doch einfach mal eine Chance. Schön, Pickhounds. Äh, we used to be innocent. Ja, wir, wir, äh, ne? Wir waren mal, wir waren mal unschuldig. Ich bin auf gar keinen Fall unschuldig. Nicht mehr. Eine schöne CD, kauft sie euch. Äh, Link in der Beschreibung. Ihr kennt das Spiel. Definitiv. Das ist auf jeden Fall, äh, Musik auch mal zu, wenn man so, 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 ähm, ähm, ja, so, 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 so eine Sommernacht erlebt. Kann man auch mal ficken zu. Tschüss. Tschüss. Wenn du, 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 wenn du. Vielen Dank.